Hallo und grüß euch. Bonjour und willkommen auf den neuen Heldenseiten. Ab sofort gibt es unsere neue Homepage, wo jetzt dieses Intro sozusagen kurz anschneidet, worum es geht. Wir sind die Helden, wir sind seit fünf Jahren aktiv, deswegen auch dieses neue Intro, das lange auf sich warten hat lassen, aber jetzt ist es endlich da. Es kommt im Sommer 2016 ein neues Album, das erste Album Wir sind Helden, mit den neu aufgenommenen, neu gemixten Liedern, die zwar schon auch alt sind, aber jetzt super. Auf den Markt, auf iTunes und sämtlichen anderen Portalen, die so im Internet herumschwirren. Und auf CD, es gibt mittlerweile diese Handmade Edition in so einem handgemachten Papiertascherl oder Papiertüte und einem altbewährten CD. Ja, was gibt es noch zu sagen zu uns, sei es unsere Vereinsarbeit, sei es unser Label, unser neu gegründetes, alles was wir besitzt so geleistet haben und noch leisten werden. Und wie es das Ganze zum Kaufen gibt, kann man auch irgendwo auf der Homepage nachlesen. Klickt euch einfach durch die Seite, durch die neue. Irgendwo wird auf alle Fälle ein Link mit interessanten Inhalten für euch sein. Ja, und jetzt fangen wir an mit unseren Videos zum ersten Album, das nennt sich Wir sind Helden. Und hier geht's ab sofort zum ersten Video, nämlich dem Director's Cut von Daheim Füllen, mit ganz neuen Szenen, ganz neuen Special Effekten, verbesserten Szenen, verbessertem Sound. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß damit. Grüß euch.